Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drowny und heute gibt es mal ein spezielleres Video. Ich mache es ganz kurz, ich starte eine FAQ, das heißt wenn ihr irgendwelche Fragen habt, für die keine Zeit bisher war oder wo ihr euch nicht getraut habt oder nicht daran gedacht habt, ab damit jetzt in die Kommentare, auf Twitter oder Facebook posten. Ich werde dann mal ein paar Wochen sammeln und dann werde ich mal die ganzen Fragen beantworten, natürlich werden nicht alle Fragen beantwortet, denn es gibt ja Fragen, die keine Ahnung, ob es zöhn sind, so zum Beispiel oder pervers oder irgendwie andere mit reinziehen, für die ich nicht sprechen kann. Sowas wird natürlich nicht beantwortet, was aber denke ich auch nachvollziehbar ist und ja, es können ruhig auch einfache Fragen sein, auf welchem Server ich spiele, wie alt ich bin und so Geschichten, das kann ja auch gestellt werden. Je nachdem, Fragen, wo ich jetzt direkt wohne und wo ich arbeite, das wird jetzt nicht direkt beantwortet, das ist aber denke ich auch irgendwo nachvollziehbar, man muss ja nicht alles wissen und dann stellt die Fragen einfach mal und wir sind ja mittlerweile auch über 600, denn da sage ich nochmal vielen, vielen Dank, zweimal 300, ne, vielen, vielen Dank vor allem für die treuen Leute, die regelmäßig da sind und dann werde ich das einfach mal über ein paar Wochen her sammeln und dann werde ich das Ganze einfach mal, ja, gibt es ein neues Video, je nachdem wie viele Fragen sind, wenn es vielleicht auch mehrere Videos, das kommt immer drauf an und dann beantworte ich einfach mal eure ganzen Fragen. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann im nächsten Video, in diesem Sinne, tschüss.